Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. Entwickler Dovetail Games hat nun offiziell eine weitere deutsche Strecke für Transom World 2 angekündigt. Und dabei handelt es sich um die norddeutsche Hauptstrecke zwischen Hamburg und Lübeck. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Lübeck Hauptbahnhof hat eine Gesamtlänge von 62,8 Kilometern. Die Strecke ist komplett zweigleisig und elektrifiziert. Auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck werden Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erreicht. Die Strecke ist in den Kursbüchern unter den Nummern 104 und 140 zu finden. Die Eisenbahnstrecke zwischen den Städten Hamburg und Lübeck wurde bereits im Jahre 1865 von der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft eröffnet. Schon vorher gab es eine Verbindung zwischen Hamburg und Lübeck, jedoch mussten damals die Züge noch den Umweg über Büchen nehmen. Im Jahre 1878 war der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck schon komplett abgeschlossen. Die Strecke endete damals in Hamburg noch am Lübecker Bahnhof, welcher sich im heutigen Stadtteil Hamburg befindet. Ab 1906 führten die Gleise der Strecke dann weiter zum neu eröffneten Hamburger Hauptbahnhof. Die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck ist Teil der internationalen Vogelfluglinie. Das bedeutet der Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark. Diese Bedeutung wuchs vor allem im Jahre 1963. Da wurde die Fehmann-Sundbrücke eröffnet, welche das deutsche Festland mit der Insel Fehmann verbindet. Zahlreiche namhafte Fernverkehrszüge nutzten seitdem die Strecke, so zum Beispiel der TEE Merkur. Die Züge starteten in Hamburg-Hauptbahnhof, verkehrten dann über Lübeck bis zum Fährhafen Puttgaden. Dort fuhren die Züge dann auf die Eisenbahnfähre. Diese Fähre setzte dann in die dänische Stadt Röttby über. Die Züge verließen anschließend die Fähre und verkehrten von dort aus dann weiter nach Kopenhagen. Aber auch für das europaweite TEEM-Güterzugnetz hatte die Strecke eine große Bedeutung. Die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck war jahrzehntelang die einzige Strecke der Deutschen Bundesbahn, wo Doppelstockzüge zum Einsatz kamen. Hierbei kamen noch historische Doppelstockwagen der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft zum Einsatz. Die Fernverkehrszüge zwischen Deutschland und Dänemark verkehrten meist mit Lok bespannten Zügen. Von Dezember 2007 bis Dezember 2016 setzte die Deutsche Bahn hier ICE-Züge im internationalen Fernverkehr ein. Dabei kam der ICE-TD, also der Diesel-ICE, auch bekannt als DB Baureihe 605 zum Einsatz. Seit Dezember 2016 bis zur Einstellung des Fernverkehrs im Jahr 2019 übernahm dann die dänische Staatsbahn mit MF-Garnituren diese Leistungen. Diese Züge verkehrten mit dem DSB-IC3 als Eurocity zwischen Hamburg und Kopenhagen. Im Jahr 2019 wurde der Fernverkehr auf der Vogelfluglinie dann komplett eingestellt. Der Grund ist hier die geplante Fehmann-Beltquerung, ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark. Seitdem findet auf der Strecke Hamburg-Lübeck, abgesehen von zwei Zugpaaren und ein sommerbedingtes drittes Zugpaar, kein Fernverkehr mehr statt. Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Dänemark verkehren seitdem über Flensburg und Jütland. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck wurde im Jahr 2008 elektrifiziert. Es ist eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Entlang der Strecke befinden sich insgesamt 13 Bahnhöfe und Haltepunkte. Dazu gehören Lübeck Hauptbahnhof, Rheinfeld in Holstein, Bad Oldesloe, Kupfermühle, Backteheide, Ahrensburg Gartenholz, Ahrensburg, Hamburg Rallstedt, Hamburg Tonndorf, Hamburg Wandsbek, Hamburg Haselbrock, Landwehr, Hamburg Berliner Tor und Hamburg Hauptbahnhof. Die Bahnhöfe Landwehr und Hamburg Berliner Tor werden ausschließlich von der Hamburger S-Bahn bedient. Die Strecke hat eine große Bedeutung im Regionalverkehr. Die schnellste Verbindung zwischen beiden Städten ist der RE8. Dieser hält zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Lübeck Hauptbahnhof lediglich in Bad Oldesloe und in Rheinfeld. Ergänzend dazu existiert der RE80. Dieser hält nicht nur in Bad Oldesloe und Rheinfeld, sondern auch in Ahrensburg. Beide Linien verknüpft ergeben einen groben Halbstundentakt zwischen beiden Städten. Zwischen Hamburg und Bad Oldesloe existiert zusätzlich die Regionalbahnlinie RB81. Diese bedient zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Bad Oldesloe alle Stationen, abgesehen von den beiden genannten S-Bahn-Stationen. Zusätzlich gibt es noch Ergänzungszüge der RB81 zwischen Ahrensburg und Hamburg bzw. zwischen Bargte, Heide und Hamburg, welche das stündliche Angebot der RB81 auf diesem Abschnitt zum halbstündlichen Angebot machen. Im Berufsverkehr gibt es weitere zusätzliche Züge. Am Wochenende wird der RE8 von Lübeck noch weiter bis nach Travemünde-Strand geführt. Die Nahverkehrszüge verkehren fast ausschließlich mit der Lokomotive DB Baureihe 112 sowie 6 bis 7 Stoppelstockwagen inklusive Steuerwagen. Auch gibt es interessante Zukunftsvisionen für diese Strecke. Dabei ist zum Beispiel geplant, die Hamburger S-Bahn-Linie S4 bis nach Bad Oldesloe weiterzuführen. Dazu sollen unter anderem auch neue Haltepunkte entstehen. Baubeginn ist für 2021 geplant. Die Strecke zwischen Hamburg und Lübeck ist auch bei Eisenbahnsimulatoren und Eisenbahnspielen keine unbekannte Strecke. So erschien im Jahr 2008 mit ProTrain 23 und später mit ProTrain 23 Deluxe schon einmal diese Strecke für den damaligen Microsoft Train Simulator. Später erschien diese Strecke dann für den Train Simulator, welcher von Dovetail Games bzw. früher von RSC entwickelt wurde. Nun soll diese Strecke auch für Train Simulator 2 veröffentlicht werden. Neben der Strecke gehören zum Paket auch die DB Baureihe 112 für den Personenverkehr sowie passende Doppelstockwagen inklusive eines fahrbaren Steuerwagens. Außerdem soll es hier für den Güterverkehr noch die DB Baureihe 182 in MRCE-Lackierung sowie verschiedene Güterwagen geben. Fernverkehr wird hier in diesem DLC vorerst keine Rolle spielen. Auch ist nicht bekannt, ob es später noch einen passenden S-Bahn-Zug für die S-Bahn Hamburg geben wird. Was ist eure Meinung zur Strecke von Hamburg nach Lübeck? Werdet ihr euch dieses DLC kaufen? Und welche deutschen Strecken sollten eurer Meinung nach noch für Train Simulator 2 veröffentlicht werden? Der Release-Termin sowie der Preis für dieses DLC sind aktuell noch nicht bekannt. Die Strecke wird für Train Simulator 2 als DLC für die Plattformen PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise Ich danke euch wieder.